Hi YouTube! Na, wie geht's? Ich streame euer Dings! Hi! Jetzt sag Hallo! Wo ist der Chat da oben? Sag Hallo Chat! Willkommen zu YouTube! Illuminati! Oh nein! Hallo YouTube! Hi Yeti! Ja genau! Additionally, the tap key will show you an overlay of gladiator info without having to manually select each one. Ja okay, das ist das Tutorial. Es ist Nacht geworden. So, noch ein Fenster? War's das? Ah! Another note from the tutorial arrives. Diesen! Oh Gott! Dominar, it is obvious that you have an intense desire to control the minds of men. I can aid you in doing so during battle if I research the proper methods. Once I have researched it, you can control men in battle by selecting him during battle setup. You will notice a controller appear above his head and an AI indicator will appear for the men who will fight for themselves. Hopefully they have some AI skill if they intend to win. Oh Gott! U U T S S. Okay, alles klar mit euch. Folgendes! Die Gladiatoren, die kann man selber spielen. Also ich kann die spielen und ihr könnt mir dabei zuschauen, wie ich verrecke oder verrecken lasse. Und wenn ich nicht will, dann kämpft der Gladiator so als KI für sich. Cool, ne? Ich weiß. So. Noch ein Fenster? Nein, kann ich Pause machen? Nice! Also das bin ich. Also das bin ich. Ich bin Lanista in Domina Vulcania Atta. Willkommen meine Herren. Das ist der Doktore. Wer ist das überhaupt? Das ist Apius. Das ist Aureolius. Das ist Passienus. So. Genau, was hat der hier? Ah, yes. Okay. Ein Dreix. Alles klar. Ja. Mhm. Agro Turtle Evasive Stamina Victories 3. Okay. Du bist... Achso. Ah. Du bist... Wie heißt du? Ach, du bist... Du kommst aus Dania. Ach, der Chat mal wieder. Oh Gott. Ach, der Chat. Ah. Ah. Okay. Okay. Geh nicht manual training. Ja, bitte. What the fish? Ach, die trainieren jetzt alle. Jawohl. Okay. Das ist der Typ. Das ist der Typ. Aha. 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 Was ist mit dem hier? Ah. Aha. Ah. Den muss ich eine Klasse selekten. Reix dann eben. So. Äh. Wie viel Gold haben wir? 500. Äh. Hallo? Ah. Rechtsklick. Okay. Wurden Gladius vom richtigen Gladius Jetzt gebe ich dir mal. Äh. Hast du einen Helm? Ach, wie sie nicht? Komm. Hm. Leder. Äh. Ich bleibe dabei. Ah, ist ein Schild. Okay. Na, ich hab das Ding. Nice. Dann Hosen. Was kriegst du? Kann was gehört. Ach komm, wieso nicht? So. Dann. Was kriegst du für Knieschützer? Da Beine. Aha. So. Äh. Okay. War's das? Mal abgehört. Okay. Ich glaub, da wäre ich jetzt gut genug. Wie sieht's mit dem Rest aus? Was hat der so? Aha. Okay. Okay. Du kriegst eine bessere Waffe. Äh. Ah, gut. Ah, okay. So. Dann du da. Was hast du? Oh. Äh. Eine Zenturion-Dings. Okay. Sagittarius-Helm. Aha. 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 Was hast du? Ein Holzschwert. Ey, komm, Junge. Ja. Ja. Gut. Äh. Yo. Ich glaub, das dürfte so gehen. Äh. Was gibt's hier? Ah, Training-Ballings. Okay. Das ist die... Das ist die Trainings-Ballons. Ja, 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 ja. Okay. So. So. Ich will dieses Stream noch ein... Oh, stimmt. Ja, Dankeschön. Äh. Stimmt. Ja, Dankeschön. 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 Äh. Nicht just chatting. Jetzt ist es Dominar. Ja. Dankeschön. Wer auch immer das gesagt hat. Äh. Dankeschön. Genau. Dankeschön. Hier. Ja, Dominar. Hey, Dankeschön. 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 Sayon. Äh. Arigato. 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 Äh. Bitte sehr. Danke. Ja. Dankeschön. So. Gut. Die waren, glaub ich, ausgerüstet. Was jetzt? Der Typ. Genau. Humility. Gladiator zu red at any time during battle. Potentially saving his life. Yes, please. Was kannst du? Nix. Okay. City Marketplace. Äh. Wir sind noch gut. Okay. Du, 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 du. Ah. Der erste Kampf gegen Elf Lorenz 32. Ey. Hallo. Na, wie geht's? Sollte das gerade sehr narrow werden? Keine Ahnung, Elf Lorenz. Aber du bist im Spiel. Du bist in der Schlacht. Du wirst vielleicht verlieren. Yay. Oh je. Oh je. Ja und wie. So, wie nehme ich? Big Gladiators. Ja. Selected Max. Okay. Äh. Wer? Warte mal. Wie sieht nochmal? Was hat der nochmal? Äh. 25, 21, 30, 31, 91. Uiuiuiui. Ist er nicht ein bisschen zu krass? Äh. Illuminati, ja. Oh Gott. Äh. Der wäre vielleicht... Warte mal. El Icekill. Der hier? Ich weiß nicht. Törtel? Was heißt Törtel nochmal? Äh. Ah. Ne, hä? Ah, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Was, wenn ich den nehme? Aha, okay, okay. Ich habe bessere... Okay, okay, okay. Ich habe bessere Verteidigung. Oh, der kann. Der kann, der kann. Victories 3, 8. Okay. Wir nehmen Abius. Glaub ich. Wie sieht es mit dem aus? Nein, ich... Äh, das da könnte knapp werden, glaube ich. Was ist mit Aureonus? Äh. Help. Nein, es gibt keine Help für dich. Der hat... Absorbs... Uiuiuiui. Evasive. Ah. Ah. Und dann nehmen wir Aurelius? Okay, folgendes. Wen nehmen wir? Nehmen wir Apius und dann nehmen wir Aurelius. Ihr dürft entscheiden. Apius oder Aurelius? Vielleicht Apius wegen dem AI... äh KI-Skill, oder? Passier, Nuss. Der hier? Ey, Elbe... Verdammt, Elbe Renz. Hilf meine Tassautschu. Elbe Renz. Du willst, dass wir verlieren, oder? Na, was sagt der Rest? Brauchst du nicht, bitte? Ah. Ich muss siegen. Nein, musst du nicht. Äh, okay, dann entscheide ich mal für euch. Ich glaube, ich nehme... Ihn hier. Apius. Oder doch, lieber Aurelius. Okay, warte mal. AI-Skill. 25. Äh. Ach komm, Aurelius, damit er auch ein... Beschlacht gewinnt. Okay, okay. Oh nein, bitte. Okay, dann folgendes. Aurelius gegen Elberin 32. Seid ihr bereit? Aurelius, ready to rumble? Are you ready to rumble? Ich spiegel mal vielleicht mein... 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 Mein Gesicht. Moment, damit ich nicht immer nach... Nach links schaue. Äh... Äh... Gespiegelte Bewegungssteuerung. Okay. Mal gucken, wie es jetzt aussieht. Ah. Sieht doch besser aus, wenn ich jetzt mehr als ein Bild gucke. So. Zuck, 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 zuck. Mhmm. Ja, okay. Hallo? Ah. Hier hat die Euroleins. Hier. Drei. Zwei. Eins. Weit. Oh Gott, ich kann nicht kommentieren. Yay. Au. Na los, los. Nein, mach ich platt. Nein, platt, Jürgen. Nein. Ja. Yes. Das war doch unsere, oder? Victory. Victory. Elberin 32. Victory. Ja. Stippel, 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 Stippel. Hallo, willkommen. Winn. Huuu. Ja. Ja. Mach ihn platt, Jürgen. Ja, genau. Gamecham close. Ah. Wenn ein Gladiote's AP drops below 20%, da ist ein Genk, dann wird er ein Impediment entwickeln. Oh, das ist neu. Aureolus hat sich in der Krieg verletzt und hat ein Impediment entwickelt, das will limitiert sein Maximum HP zu 104. Was ist denn das denn, Black? Oh, Alter. Die nächste Zeit, wenn das passiert, nur ein Notifikation-Message wird visible in den Lutus, aber der Impediment wird visible in den Gladiator-Information. Ist er jetzt behindert oder was? Stopp, Pause. Wo ist er? Da ist er. Hier. Erneut. Ey, du hast gewonnen. Hier, bitte Wein für dich. Wie kann ich... Wo kann ich dir... Reward Wein, genau. Einmal Wein für dich. Und einmal Coin, so, bitteschön. So, wer ist der Neue? Hier. Na, wie haben wir denn da? Deine Mami Klo. Oh Gott. Äh, hey, auf Batavia. Sie bitteschön auf Batavia. Hi. Willkommen im Team. Soll ich dich fett ausrüsten oder soll ich nicht? Hm, was soll ich machen? Ich trainiere erstmal alle. So. Äh, was gebe ich dir? Vielleicht eine längere Klinge, das wäre ganz gut. Äh... Äh... The Deadman's Face. Haha, genau. Äh, okay. Hm, ohlala. So. Äh... Keine Sorge. Du wirst... Ich rüste dich gut aus. Okay, okay. Lesser Poltron. Nein. Äh... Magical Onyx. Äh, ich weiß nicht. Und dann... Noch eine gute Rüstung. Äh... Komm. Du wirst mein kleiner Supersoldat. Ja. Ach, und noch ein Schild, natürlich. Und? Und? Und wie gefällt dir deine Ausrüstung? die navi gefällt sie dir derweil mache ich mal den nächsten du da genauer bist du dann was geben wir dir es geht glaube ich das geld reicht dann was noch genau hier oh gott nein bitte keine links das ist das lightgreaves lightgreaves kommt so na denn was hast du für mich nix okay weiter geht's an old man enters your villa uninvited he is well dressed and claims to be a high-placed government official he introduces himself i am the magistrate i was impressed with your showing in my games yesterday your powers as a lanista is evident so you may be lacking in experience your father was a good man and i am sorry to see his business and health failing if you are in search of new slaves to turn into gladiators i can provide you with agreeable stock the smell of wine on this dusty old blablabla is offputting but you intuit that keeping him in good favor will be necessary in order to obtain more favorable challenges in the arena wenn die host ubsi ach das der typ der magistrat das kiosk ateus dateus keine ahnung sind wein ja warum nicht purchase lace was hatte ein pferd nein ich habe nicht genug geld oh gott ein pferd ich wusste gar nicht dass es werte gibt oh gott oh gott ich brauche das aber da komme ich ich alter das du da äh 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 du wartest erstmal sorry äh du wartest erstmal es gibt ein pferd oh gott ich will das pferd haben alter was ist das ja baby ähm alter komm ja wir haben ein pferd oh mein gott wo ist das pferd hin jetzt mich verarschen da ist das pferd oh mein gott train alter hoho what oh gott es gibt pferd hat shadow ist dass das ist mir neu ja so mein control soll ich genau soll ich die gladiatoren alle selber spielen können meine augen jungen wollt ihr sehen wie ich gegen euch kämpfe oder gegen leute die so heißen wie euch wie ihr mitglied der toren die so heißen wie ihr oder wollt ihr dass wir alle drei ja alle drei gemeinsam zuschauen aimt attack also folgende frage mein control ja oder nein was sagt der chat nee elporenz du du bist nicht mehr im spiel du bist du bist weg vom fenster sage ich mal jetzt bist du auf unserem team in unserem team jetzt mal im ernst ja oder nein ne 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 .. ne 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 nächste keywords un Zehn Sekunden noch. Ich bin der Einzige, da bisher gab es... Ja, okay, na gut, dann eben erstmal nicht. Okay, in der Tag. Ah, Gladiator kann attack to opponents left or right side when facing up or down. Or high or low when facing sideways. Ich nehme erstmal das Nibble Stance, glaube ich. So, weiter geht's. Ich wusste gar nicht, dass es ein Pferd gibt. Oh, wie süß. Halt, wieso machst du nichts? Achso, du heilst gerade, okay. Happy, ja, schön. Halt, wieso machst du nichts? Trainieren. Ja, jawoll. Und er kehrt zurück. Elblorenz 32 und auf Brache. Oh Gott. Hey, Elblorenz, willkommen back. Was ist das? Mein Arbeiter... Ja, hey. Oh Mann. So. Genau, du gegen das Pferd. Geht das? Geht das? Als Gott. Nein, geht nicht, okay. Gut. Äh, Aureo, du, du nicht, mach, tust du auch nicht. Äh, du nicht. Du bist noch im Training. 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 Abhört oder was jenes. Äh, wie sieh's aus? Was ist eigentlich der Level? Victories 0. Victories 2, Victories 3. Äh, Level 9, Level 19. Level 11. Oh. Äh. Äh. Hm. Äh. Könnte knapp werden. Könnte knapp werden. Damage 1. Äh, das wäre knapp. Das Level ist, glaube ich, viel genügend. Ich nehme diesmal ab, Jus. Genau, nehmen sie mal diesmal ab. Passieren. Okay, der Chat hat gesprochen. Passienus soll das sein. Genau, Passienus, da bist du. Na, mal gucken. Rippenpies Passienus. So. Und wer hat so ein Battle? Passienus gegen Helplorenz? Yeah. Oh Gott. Ja, Passienus, ich hätte es verlieren. Ja. Ja. Dort Passienus. Dort Passienus. Dort Passienus. Dort Passienus. Ja. Ja. Pass. Yes. Ja. Oh Gott, hat er es knapp. Oh Gott. Oh Gott. Geil. Oh Gott. Komodianus. Jaden. Oh mein Gott. Oh Gott, das war knapp. Er hat ihn in die Ecke getränkt und er hat ihn geknallt. Äh. gestochen. Boah, was ein Stöcher. Äh. Hilfe, meine Stimme. Wasser. Oh mein Gott. Wasser. Wie gut. Oh mein Gott. Wow. Wow. Also, Helplorenz, ich muss schon sagen, du bist zwar ähm, äh, vielstrebig, aber, also, du verlierst zwar, aber du gibst nicht auf. Hallo, Jaden. Gib dich erstmal eine längere Klinge. Und das hier vielleicht. So, genau. Hallo, Komodianus. So. Du trainieren. Du. Ja, du bist geheilt. Achso, na, ach nee, das war es nicht du. Du, du musst heilen. Okay. Ah. Okay. Warte mal. Hat's passiert, Nuss? Oh, der muss heilen. Hat der eine? Nein. Okay. Okay, okay, okay. Der hat keine, äh, äh, schwerwiegende Verletzung bekommen. Nice. Okay. Und du kriegst ein Update. Du hast dich gut geschlagen. Äh, yo. Gut. Sag mal, was gibt's denn hier eigentlich? Wow. Okay. Äh, ich bleib erstmal dabei, glaub ich. Dabei, genau. Jo, dann. Was gibt's hier? Äh, ach ja. Hat er jetzt nicht gemacht? Ach, Mann. Na also. Du da. Train, genau. Oh. A heavily armed soldier barges into your loot with unannounced. His armor is adorned with very fine detail and you gather that he is an important person by the way he strikes fear into your slays. I am the Legate, commander of the military detachment station nearby. I was impressed with your showing in my games yesterday. But if you want to win more boats in the arena, you will need better trained warriors and I have many to spare. My warriors may not be as agreeable and cheap as the Magistrate's useless wares, but at least they know how to wield a sword. The man demands wine as he reclines on your balcony and suggests that if you put on an exhibition match for him or the Magistrate, it would be useful training for your soldiers. Da heilt, da heilt. Das ist gut, das ist gut. Hallo, Jayden. Also du bist schon fein, okay. Gut. Train. Ja gut, trainiere hier. Äh, was ist damit, was ist mit dir Pferdi? Geht das nicht? Oh Mann. Okay. Äh. Agitated, but why? Ich hab... Oh. 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 Hallo. Hey Elb-Florenz, ich frage mich nur, woher du kommst. Neun Münzen Elb-Florenz. Du hast die Wahl. Soll ich oder soll ich nicht? Nein. Soll ich dich kaufen oder soll ich nicht? Ich geh doch nicht zum Feind über. Ach gut. Ich will. Ah. Daneben nicht. Moment, was heißt der Feind? Hallo? Oh. Ach Mann. The Legate does not appear to have much to do. He is always lingering around the villa and leering at you. He reclines in the shade, overlooking your gladiators who toil in the heat. He shrunkenly opines. I do love a long and more brutal fight. Even more so when blades are dulled. Such as when you enable game options, other brutal fights. For what it's worse. I'd never be a patron to any of these pathetic whims, but if you catch me on a good day and show me a gladiator worth supporting, perhaps I'd pay for his upkeep. Okay. So. Wer trainiert hier nicht? Du da. Train. Yes. Du da. Nicht trainieren. Du da. Train. Halt. So. Du da. Trainieren. Du da. Nicht trainieren. Du da. Nicht trainieren. Du da. Wer trainiert? Du da. Trainieren. So. Du da. Mach mal noch. So. Halt. Ich warte. Aha. Trainieren. 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 Nicht trainieren. Ich warte. Herz. Immer noch nicht. Schade. Du da. Der macht noch. Navel. Automatic. Crediator. Training. Yes. Please. Äh. Gut. Oh. Sejanus. Retiarius. Retiarius. Wutten. Trident. Okay. One gladiator versus one gladiator. Right click. Stick ist jetzt. Ah yes. No mind control. Alles klar. Wir sehen seine. Wie sieht es pleine Statistik aus? Es ist nicht so schlimm. Maximal stamina. Wie viel Siege zwei. Der ist aus dem Spiel. Wir hätten da. Stubiwitsch. Werden da. Jaden. Victoris 4. Und Apius. Das Pferd. Nein. Und auch. Riolus. die beiden sind außen vor viel kürz schiedelt so wir nehmen wir was den level hat er erst level 13 mit knapp 160 hp nein nein 170 ja wäre schon fährer und hat vier 177 nicht schlecht was so dass nack ich hau interessant okay dann würde ich sagen nehmen wir diesmal abjus oder das ist abjus nehmen gut are you ready to rumble are you ready to are you ready to rumble ja los los ja 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 immerhin jetzt haben wir mehr geld bekommen als ich sag mal ressourcen also so wer war hier der verletzte du warst der plätze genau abjubt du hast es dir verdient jetzt noch was was ich dir abkühlen könnte ja hier kommt hoch ohne squeeves noch was dass sie kommen ja schön reward wine reward coin dann was machst du du machst das okay machst du du heilst sehr schön werden du kannst man ich kann dich immer noch nur trainieren oder so keine ahnung du heilst defensetraining okay wird weit euch mal auszurüsten geil geil er hat noch 50 öffnen so wie sieht es mit dir aus du da genau 18 ui das hat knapp wenn man wert mehr leben 77 oder 77 ok na gut du wirst noch gespart und habe ich 30 dinge so äh send wein yeah send zwei wein nice send wein send zwei wein also und besser äh und weiter geht's was kann ich eigentlich machen nix ok wie sieht es hier aus oh your ailing father calls to you you show great promises in anista you are a natural und up to see chloe in home in order to qualify for the great championship games you will need ach ja das ist der sterbende vater you will need to win some regional championships oops this map shows the local heroes some of the massive behemoths for each region i've estimated the cost of attending each of those games but be aware that while the rewards are handsome it will cost a great deal of resources to travel to these games when you have achieved a victory near in a regional championship i will tell you of jupiter's blessings okay so was this is you need to defeat at least three regional championships to be considered for the final championship in rome das gibt es gibt es gibt es dort was ist das der erstmal champion vitulvius decapit- des decapitator a hideous monster who had previously kicked a bears eyes into chunks at a feast eugh fight of the genturians germanicus the fierce a demonic beast who had once ...shrashed a goat's foot into a fine red mist during a gladiatorial match. Okay. Rumble in the jungle. In the jungle. Albius, the bringer of nightmares. A frightening killer who is fabled to have punched a dog's fingers to shreds during a gladiatorial match. Ey! Was soll das? Die hören sich alle irgendwie nicht so cool an. Okay. Äh... Ja... Nö. Gleich ist das Ding da fertig. Jawoll! Done researching aimed attack. Nice. Äh, was jetzt? Äh... Also, folgendes. Was werden wir als nächstes machen? Mine Control und Blade Control können wir nicht. Wir können Aimed Defense äh... Trainieren. Shield Control äh... Und Nimble Stance. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Ja... aim defense, shield control oder nimble stands. Was machen wir? Was wollen wir? Empty Fence Aye Aye Captain Wenn keiner was dagegen hat Okay Gut, warum nicht Der nächste Kampf ist in vier Tagen Was ist mit denen? Wie ist? Warum denn? Sehr gut Jetzt bekommt sie Vituvius Okay, was verkauft der? Amura, Alphius Okay, für wie viel? Ein bisschen Ah, die sind alle geheilt Sehr schön So, nächste Schlacht in zwei Tagen Mal gucken, wie es mit uns zugehen wird dafür So, Lailius Oh, Defense Train Speed Äh, wer nehmen wir da? Legate, Ankur, Slug Lundgimus Okay Level 14 169 Damage 71 HP Uiuiui 71 HP ist echt krass Okay 180, boah, what? Komunianus Komunianus Nee Äh, wir müssen einen unserer guten Krieger nehmen, oder? Äh, wer nehmen wir? Apius, Passienus Nee Passienus ist zu schwach Apius Könnte eine Chance haben Er auch nicht Er auch nicht Okay, Apius Komunianus Vielleicht Komunianus Hat Komunianus eine Chance? Grinze Äh, Alter Schwede Ah, E-Skill Oh nein Äh Er hat zwar bessere Defense, aber Äh, Apius 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 Alles klar, Apius Wie sieht's aus? Apius hat gute Chancen, glaube ich Also bei Evasive Apius Da kommt Apius für den Wind So Are you ready to schreib your biddings? Apius 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 Ja Und Jetzt Oh, Alter, wo der fest Ey, was soll das? Wurder Warum war Apius Was soll das? Apius 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 nein was 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 zur hölle was sagt ist bei alter was zur hölle wollte mich doch veräppeln oh gott bitte wo was zur hölle ja das verstehe ich manchmal nicht bei dem spiel manchmal verliert man einfach aus irgendeinem grund was zur hölle boah alter ja die musik jetzt nein abjus und ich habe kein geld das war ja bs aber sowas von und das war ja bs aber dort von oh mein gott gut der range exhibition match würde ich dann mal sagen ich bin zum favor ja mach mal warum nicht wenn ihr für ihren gradiators versus also versus obstacles vielleicht war das aber victory geworden dann das ist jetzt meine kärz der tue müssen gegeneinander kämpfen okay du ging dich selbst ja so zu sagen okay dass das wie viel habe ich denn ach so zwei gegen zwei genau ist damit aus dass man die zwei mal gucken mal gucken ist das einigermaßen ich glaube oder okay ist das in ordnung soweit passieren uns gegen komodianus und augen jodus ich glaube das ist okay oder die töten sich selbst wie die töten sich selbst mit das dann voll das hardcore spiel hier so breit auf geht's jawohl nicht töten okay oh gott oh gott okay die leben noch ja a good time head by all nice verwendet jawohl sehr gut die haben dich nicht getötet aus temperament coldflayer fünf münzen oh gott ja jippie ja jippie jay angry oh gott ai karamba so bruder nein cannot heal nein nein ich kann nicht heilen ich habe eine Menge essen kann ich essen verkaufen selten ein ein witz was was mal wenn du kannst du einen der die grader in einem preis fight geht allweil gtg navatz gut to go achso oh oh gut zu wissen das wäre verfixt spex dass er hätte mir die mitarbeiter anschauen sollen ach du heilig akikultor und das war kacke das war dumm ich brauche eine münze er muss kurz muss ich meine leute heilen mensch früh gott die horro-atmosphäre hier was soll das teuer ich dachte mich meine gladiatoren killen ihr habt erst mal wein ok folgendes ja ich ziehe euch erst mal aus ok ihr habt jetzt erst mal pause du ebenfalls hier habt jetzt erst mal pause du hast auch pause du musst dich heilen genau hier du bist gut du bist geheilt du musst dich heilen das heißt du wirst ausgezogen sozusagen wir müssen sparen du heilst dich du heilst dich du heilst dich ok gut jedem eine münze thank you thank you yeah vengeful oh rache süchtig du heilst dich heilst dich heilst seid ihr happy angry ok dann folgendes ich habe jetzt drei gladiatoren zwei gladiatoren die fit sind auch ganz gut ey 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 Was ist mit dir aus? Oh, ist das schwer teuer Halt, halt, ist das schwer teuer Okay, okay Das bereue ich nicht Hör die, ich will dich auch mal leveln Oh, hoch, oh, voting Was wollen wir machen? Eins, zwei, drei oder vier Ihr dürft jetzt voten Ihr dürft voten, chat Schnell, schnell, votet, schnell Ach, mein Kopf ist im Weg Moment So Was votet ihr schnell? Dann voten wenn du will, wenn Openan-Trip-Local-Player-Select-The-Con-Science Achso Ich nehm die vier Hallo? Ah After vomiting When he stands And makes it Belchers in your face Intempts to touch Hey Luckily he slips On the vomit And injures his head On the bust of your father Oh You have the guards Carry him to a nearby Browser Where Is any lucky one Remember his failed Awkward Horrible Drunken seduction Unfortunately You will We'll keep it a secret For now Perhaps the secret Will be worth something Okay Okay Dann Researching Aimed Defense Okay Evasive Roll Soll ich jetzt manuell die Gleitatoren steuern? Wollt ihr sehen wie ich kämpfe? Ah Ich muss Wasser kaufen Sehe ich gerade Uiuiui Äh Wasser So Nice So Wollt ihr sehen Dass ich die Leute kontrolliere Ich glaube das mache ich mal oder? Komm Habe ich noch nie gemacht Mal gucken wie es sein wird Mein Control Für wie lange? Mein Rund Oh Gott Okay Ich habe nur noch vier Münzen Eieiei Eieieiei Eieiei Eieiei Eieieie Eieiei Kann ich eigentlich Leute anheuern? Nein kann ich nicht Eieieiei Eieiei Eieiei Hätte ich vielleicht zuerst machen sollen Eieieiei 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 das ist jetzt uncool das ist jetzt wirklich uncool ja wohl das neck ist immer nur so ludus victory reward ja ich kann vier maximal selekten nein ich habe nur zwei das fertigen was machen keine ahnung kurz na es gibt nicht schickt um sorry moment ich brauche das geld verfliegt ich brauche das geld dann muss ich doch die nehmen da der hier ist einigermaßen guter nein 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 der hier na gut ich hab films gut gut aus jawohl wir gewinnen ja das habe alle überlebt yes yes oh mein gott oh mein gott das habe alle überlebt rau wow ok komm heile dich daneben man da heilt schon alle hier bitteschön 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 ja die oha ok dann trainierst du jetzt mal bitte ich brauche vielleicht mitarbeiter endlich mal und das ist ganz gut glaube ich ein medikus bitteschön bitteschön und das ist gut bitteschön noch gut und dichter gut das war es jetzt das erste ok 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 Ich muss hier sehr sparen. Das ist sehr teuer. Oh Gott ist das teuer jetzt. Du wirst was, jede mal ein Schild wenigstens. Nein, auch die... Oh Gott. Ah, gut, an dem nicht. Ah. Oh. Oh. Okay. Okay. Hmm. Hmm. Was nehme ich denn? Hmm. 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 Erstmal was macht der hier? Hmm. Hmm. Ich mach gleich das hier. Oh mein, ich hab wieder kein Geld. Okay, cool. Gut. Gut mach ich das da mal. Hmm. Hmm. Oh. 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 Ja, was auch immer. Send Wein, hier. Hm. Okay. Oh! That's the lion. Yes. Vision 38, one of you could have- What? No! Oh god. Oh god. Okay, das ist ungünstig. Ja, ich bin pleite. Äh. Äh. Wie geht's denen? Ich hab drei. Okay. Revenge Exhibition match. I wish. The close personal friends will help. Be in favor. Äh. Was kann der hier? So was? Äh. 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 Okay. Das ist echt nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay. 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 Oh, das ist ein guter Preis. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Das könnte ich machen. Äh. Accept Terms. Äh. Äh. Nur 2 Moines. Ja. Was? Was passiert? Haben wir gewonnen? Yes. Oh Gott. Ja. Gott sich hingeschaut. Oh Gott. Was passiert? Oh mein Gott. Was ist hier garantiert. Okay. Was? What? Was? Was? wow ich bin sehr happy oder wie also wow das war wirklich gut wow sehr cool hallo employee wie noch resourcen weil er nicht ein educator noch da was nehme ich gefällt es zu zu kurz nicht wirklich person Boah, ist das ein Teuer. Oh. 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 Ich glaube, ich mache Lotus Upgrades. Gucken, was das macht. Ah. Oh. Okay. Okay. Oh. Okay. 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 Ich mach mal das hier. Let's get this here. Okay. 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 Oh, okay cool. Was? Was? Oh Gott, oh Gott, was? Ach du Heilige, oh Gott, was gegen mich? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist krass, das ist krass, Alter, Victory Rewards, wer ist mein bester Kämpfer, Marzius scheinbar, oh Gott, alter Schwede Marz, gegen mich, oh meine Güte. Ich hoffe, Marzius kann das, okay, Marzius gegen mich, okay, warte mal, ich werde zum ersten Mal gegen mich selber kämpfen. Ja, okay. Hm. Irgendwie habe ich nicht wirklich was gemacht, aber okay, das war ja sehr einfach. Okay, danke schön für das Geschenk. Wow. Wow. Lustig, oh oh. Hm. Bitte. Okay. Okay. Äh, dann folgendes. Da bist du genau. Angry. Warum Angry? Hier Rewards. Du hast gewonnen. Innen. Ja. Was ist denn? Es gibt gut, was ich ganz entsprungen darf? Du bist dann nicht. Mal die blöken, die blöken, die blöken, die blöken. kommen sie nicht dann was jetzt ich mach mal das da du bist noch am dingsen so was kann ich dir upgraden dich sollte ich mal mal upgraden ach so, ach mal was war ich denn genau ich habe jetzt etwas geupgradet gut nice Das... Uhhh... Dude. Agreed. 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 Okay. Das hat ja nicht viel was gebracht. So. Uhhh... So, was jetzt? Ist es... Tüchmanns Speed? Jawohl. Uhhh... Yo. Nice. Oh. Seriously chained gladiators? What? What? Was zur Hölle? Okay. Okay. Oh. Level hat er... Ehhh... Ehhh... Tüchel. 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 Was? 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 Oh Gott, was für Welle! Wow! Wow! Was? Nein! Alter Schwede! Oh Junge! Wow! Aber Glückwunsch! Du hast gewonnen! Wow! 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 Das hätte schlimmer ausgehen können. Mua! 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 alles gut okay du heilen noch mal okay ja das mache ich mal a healthy donkey is found near your villa offer the donkey to the legate as a gift offer the donkey to the magistrate as a gift hmmm magistrate meh okay so äh hab kein geld da würde ich mal sagen okay als nächstes shield control würde ich nehmen ja ja Nice. Was? Was zur Hölle? Einer? Dicke ist viermal rum. Was? Oh Gott! Was? Damage! 165! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Nein! Alter, was zur Hölle? Nein! Oh mein Gott! Alter Schwede! Oh mein Gott! Okay folgendes Was? Äh... Avenger Exhibition Match Aha! Was ist Each Other? Redacted Max? Fünf? Ging fünf oder was? Oha! Fünf? Oh Gott! Ich hab nicht zu viele! Fünf called Los, except Turm. Hier drei, zwei, eins, los. Okay, keine Ahnung, wer das immer funktioniert. Dann head by all. Nice. Okay, was? Oh, kein Essen. Oh, oh. Yeah. Gladiator to appeal. Magnus has appealed for release. Nein. Are men not created equal? Are my sins so great that I be damned for all time while your sins greater than number and severity are not reckoned for? Ah, verflixt. Soll ich, soll ich nicht, ähm, not reckoned for? Ah, verflixt. Ich brauche dich. Scheiben. Scheiben. Was war? Ich kann nicht. Oh, ja, sorry, Mann. Ja. Ach, das war blöd. Ach, verflixt. Ach, verflixt. Ach so, ich sollte vielleicht hier, ne? So, hier machen, genau. Ah, Mann. Wollt ihr mich veräppeln? Umherum, du hast die Welt toll. Toll's für sie. Alter, wenn jetzt alle gehen, wo ich kann, ich kann euch nicht alle freilassen. Oh, ja, Mann. Ihr guadstet gefunden a pair of slaves, trying to sneak past your road after having stolen grapes from a nearby vineyard. They both tell the same story. They were, that they were about the master of business and that being short of coin, he demanded they steal the food if they could not purchase anything for a fair price. You recognize the mark as that of your competitor and believe them to be telling the truth. Ah, Was ist das denn? Aha, okay. War das gut? Was zur Hölle, dieser Schab, oh Gott, nein, Alter. Sorry, nein, geht nicht. Kein Essen, oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Äh, oh oh. Das sieht echt schlecht aus. Das sieht echt schlecht aus. Das ist Meditating. Das ist Defense Training. Okay, folgen das. So. Ja, ein Exhibition Match bitte. Oh, yes, please. Dankeschön. Das ist ich also auch schon wieder. Äh. Die killen sich doch gegenseitig, aber okay. Äh. Oh. Wow. Okay, hier hin, drei Münzen. Wollt ihr mich veräppeln? Den Neu Request. So ist die Ja-Moment. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Ich hab doch wein. Okay. Okay, cool. Im Handvideo, meine Güte, ey. Okay, folgendes. Äh. Das hier. Butterfisch. Zweihänder plus. 550. Was zur Hölle? 30 Victories. Äh. Decapitator. Scheiben. Das lohnt sich nicht. Post the Empower. Nö. Äh, Alter, ich bin doch nicht blöd. Wer sagt Decapitator's? Na, 42. Was zur Hölle? Wattach. Und Level 100. Hm? Uff. Uff, uff, uff. Jetzt durch. Nein! Oh Gott. Ah, verkext. Okay, das geht so leider nicht. Ah, wir haben ein Problem. Oh je, oh je, wir haben ein Problem. Hab hier 600, was zur Hölle? Das müsste wie. Ein kurzer Führer. Okay, ganz ehrlich. Damage 99, 81, 86, 86. Marcius, wir brauchen dich. Oh je, oh je, oh je. Das ist doch ein Schild. Oh mein Gott. Nein. Verflixt. Alter, was zur Hölle? Ich bin hungry, ja, Mann. Okay, ganz ehrlich, ich glaube, das läuft nicht so gut. Äh, folgendes. Äh, ich würde sagen, das war's vielleicht mit... ...Dingsbums. Äh, Dominar. Oh je. Äh, äh. Hm. Äh, ja. Das war's mit Dominar, glaube ich. Wir machen Schluss für heute hier. Und, äh, danke für den Zuschauen. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. YouTube, mein Lieber. Tschüss, YouTube. Tschüss. 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 Tschüss.